Jo moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video zu den Predictions der Kreisliga B für den Kreishöchster, Gruppe 1, Saison 2021-2022 am 22. Spieltag losgeht heute um 15 Uhr, Tuss Lüttmarsen Verlitt gegen SV Steinheim 1 zu 3 Dann SG Erkenemsen gewinnt gegen SV Hexta 2 4 zu 2 SG Nete Abo gewinnt zu Hause gegen SV 30 Bergheim 3 zu 1 Dann SG Marienmünster-Riechnausch 2 Spielt gegen SG Billersen Aarnetertal 1 zu 1 SV Fisnau-Böderksen Spielt gegen SV Drenka 2 zu 2 Dann SV Eusthausen-Erwitzens Spielt gegen SV Allerhausen 5. Reelsen 1 zu 1 unentschieden Und Tuss Lüttmarsen äh Tuss Godeheim Spielt gegen VfL Lange Land ebenfalls unentschieden aber 0 zu 0 So, das war's von der Kreisliga B Gruppe 1 für den Kreishöchster Saison 2021-2020-21 am 22. Spieltag mit den Predictions So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Dornchen nach oben da Vergesst kein Abo, dann nimmst die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren Dann verpasst ihr gar keine Benachrichtungen auf diesem Channel Und bis deiner guten Kicks, ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!